Wir haben wieder eine Runde Brüche addieren. Willkommen bei Mathe mit Rick. Die Aufgabe lautet wie folgt, addiere die folgenden Brüche. Wenn du möchtest, kannst du das Video einmal kurz pausieren und selber einmal rechnen. Und dann schauen wir uns die Aufgaben doch mal an. Die erste Aufgabe lautet 1 Siebtel plus 4 Siebtel. Und was wir hier gut sehen können, diese beiden Brüche sind gleichnamig. Das bedeutet, sie haben denselben Nenner. Der Nenner ist jeweils 7. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Addition von Brüchen überhaupt kein Problem mehr, weil wir dann nur noch die Zähler addieren müssen. 1 plus 4. Und das Ergebnis ist 5. 1 plus 4 ist 5. Und den Nenner können wir einfach so stehen lassen. Die Lösung lautet also 5 Siebtel. Ist easy. Was machen wir jedoch, wenn die beiden Nenner nicht gleich sind? Wenn die beiden Brüche nicht gleichnamig sind. So wie im zweiten Beispiel. Da sehen wir, dass der Nenner des ersten Bruches 5 ist und der Nenner des zweiten Bruches 10. So. 5 und 10 sind nicht die gleichen Zahlen. Das bedeutet, wir müssen den ersten Bruch so umformen, dass im Nenner eine 10 steht. Den ersten Bruch so umformen, dass im Nenner eine 10 steht. Wir erweitern, wir erweitern den Bruch und zwar mit 2. Warum? Weil 5 mal 2 10 ist. Wir fragen uns, mit welcher Zahl muss ich 5 multiplizieren, um auf 10 zu kommen. Mit 2. Also multiplizieren wir Zähler und Nenner mit 2. Das nennen wir dann Erweitern. 2 mal 2 ist 4. Und im Nenner bekommen wir 5 mal 2 und das ist 10. Also 2 Fünftel ist das gleiche wie 4 Zehntel. Mit 2 erweitert. Den zweiten Bruch können wir einfach so stehen lassen. 3 Zehntel. Jetzt haben wir 4 Zehntel plus 3 Zehntel. Da sehen wir, dass die beiden Brüche gleichnamig sind. Also wir haben beide den gleichen Nenner und das ist wunderbar. Und jetzt können wir die Zähler addieren. Jetzt können wir rechnen 4 plus 3. 4 plus 3 ist also 7. Und die 10 können wir hier stehen lassen. Und dann lautet unsere Lösung 7 Zehntel. Aber es ist ganz wichtig, dass du die beiden Brüche zunächst gleichnamig machst. Immer schön gleichnamig machen, also den Hauptnenner herstellen. Beide Brüche sollen den gleichen Nenner haben. Erst dann können wir die Zähler addieren und damit alles leicht. So. Die dritte Aufgabe lautet. 1 Drittel plus 5 Zwölfte. Wir sehen, die beiden Nenner sind nicht gleich. Die beiden Brüche sind nicht gleichnamig. Gut. Das heißt, wir müssen den ersten Bruch hier umformen. Wir wollen aus der 3 eine 12 machen. Wir wollen den Nenner auf 12 bringen. Wie kriegen wir das hin? Womit müssen wir hier also erweitern, um im Nenner eine 12 zu bekommen? Womit müssen wir 3 multiplizieren, um 12 rauszubekommen? Naja, mit 4. Denn 3 mal 4 ist 12. Dann heißt der umgeformte Bruch, ihr Zwölfte. 1 mal 4 ist 4 und 3 mal 4 ist 12. Und der zweite Bruch, den können wir einfach so stehen lassen. 5 Zwölfte. Wunderbar. Jetzt sehen wir auch wieder, beide Nenner sind gleich. 12, jetzt können wir die Zähler schön addieren. 4 plus 5 ist 9. Und Zwölfte im Nenner können wir stehen lassen. Die Lösung lautet also 9 Zwölfte. Das könnte man jetzt noch kürzen. Lasse ich aber jetzt so. Ich bin damit zufrieden. Ganz wunderbar. Merk dir also gern, wenn du Brüche miteinander addieren möchtest, musst du sie zunächst gleichnamig machen. Gleichnamig bedeutet, dass alle Brüche denselben Nenner haben müssen. Alle Brüche müssen denselben Nenner haben. Und das kannst du zum Beispiel hinbekommen, indem du einen Bruch erweiterst. Manchmal musst du auch beide Brüche erweitern. Wenn die Nenner so angeordnet sind, dass das mit dem Erweitern von einem Bruch nicht funktioniert, dann erweiterst du einfach über Kreuz und stellst so den Hauptnenner her. Wenn du möchtest, kannst du das noch eine Runde üben. Ich pinne dir unter diesem Video noch ein paar Aufgaben an. Thema Brüche addieren. Sende mir deine Lösung gern in einem Kommentar und dann kann ich darauf reagieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Da freue ich mich auf dich. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick.